Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Micky. Hi. Ja. Es ist wieder soweit. Eine neue Woche. Neue Nachrichten. Heute gehen wir es ganz entspannt an. Nicht so viel Krasses passiert. Wir haben diesmal nicht über so viele Neuankündigungen zu reden. Die sind alle beim letzten Mal schon passiert. Hm. Hm. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht mal, was ich von diesen Nachrichten teasen sollte. Ich meine, es wird ein bisschen ernster zum Ende. Das will ich jetzt hier nicht irgendwie als Highlight an die Glocke hängen. Da werden wir nachher noch kurz drüber reden. Ja. Ja. Aber wir erfahren am Ende sowieso immer etwas ernstere Themen, ne? Ach ja. Wenn die Welt nur so schön wäre. Wenn sie alberner wäre, wären auch in Ordnung. Oder alberner. Das ist auch okay. Was richtig albern ist, wie gehen wir nach Deutschland, wobei die Nachrichten ein bisschen geschummelt ist, aber... Hideo Kojima Connecting Worlds kommt auf Disney Plus im Frühling 2024. Und damit auch in Deutschland ist eine Dokumentation über die Entstehungsgeschichte von Death Stranding, wie Kojima das Spiel halt gemacht hat und seine ganzen Freunde dabei immer wieder getroffen hat und mit denen essen gegangen ist. Auf der ganzen Welt. Halt so ein paar Schauspieler und Regisseure und so. Man kennt's. Ich finde es ja niedlich, dass der Kojima beliebt ist bei den Leuten, dass sie ihn alle mögen. Aber irgendwie, ihr suhlt euch da halt in eurem... Ach, wir kennen uns doch alle so gut, wir sind doch so eine schöne Gemeinschaft. Aber ganz ehrlich, mich interessiert viel mehr, wie ihr zu dem Kram gekommen seid. Das ist viel mehr von dem Making-of. Ich hoffe, dass die Dokumentation nicht so sehr Kojima hinterher rennt, wie er in seine Lieblingsrestaurants geht, sondern mehr den Leuten, wie sie das Spiel basteln. Ja. Das hoffe ich auch. Ich meine, gerade die Entstehungsgeschichte und sowas könnte ja durchaus interessant sein. Gerade am Anfang, wie das alles dazu gekommen ist, bei Konami rausgeschmissen, dann zu Sony hingegangen. Und all sowas. Und das wäre durchaus interessant. Ich meine, man sieht im Trailer schon, man sieht Del Toro, man sieht hier den Regisseur von Neil Blomkamp. Den Regisseur von Neil Blomkamp. Ich wollte gerade die Filme sagen und dann... Ja. Passt beides. So, ja. Ich meine, Death Stranding ist auch ein cooles Spiel. Ich mag das ja ganz gerne. Das könnte... So, so, ja. Kommt so ein bisschen drauf an, was genau das zeigt. Dass das jetzt nicht nur in den reinen Personenkult rutscht. Aber ich meine, Hideo Kojima steht allein schon im Titel. Er ist halt... Ich meine, ja, er ist ein witziger Typ, definitiv. Definitiv. Das große Idol von Gav Kili. Ach ja. Und nur gibt es halt so ein paar andere Menschen noch, die so ein Videospiel machen und nicht nur alleine. Ja, also, da gibt es viele, 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 ne? Ich meine, er ist schon sehr lange im Geschäft, wirklich, ne? Er hat Ende der 80er schon Spiele gemacht. Und viele dieser Spiele würden sich eigentlich dafür anbieten, dass sie irgendwie anime-technisch auch Berührungspunkte hätten. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Gerade Police Nords und, wie hieß das, andere frühe Visual Novel, das sie gemacht hat? Ähm, du meinst Snatcher? Snatcher, ja. Police Nords und Snatcher wären, glaube ich, beide gute Anime-Kandidaten noch eher als Metal Gear. Metal Gear wäre ein bisschen kompliziert umzusetzen als Anime. Ja, das ist wahr. Aber ja, besonders, weil die schon so filmische Inhalte haben, so Visual Novel-mäßig gemacht, ne? Deswegen. Ach jo. Ich glaube, war da nicht irgendetwas mal? Ich kann mich so ... Oder irre ich mich. War irgendwas von einem seiner weniger bekannten Mecha-Games wie Zone of the Enders? War da noch was? Zone of the Enders hat mal ein Anime bekommen, ja. Aber das war, glaube ich, auch ein Spin-Off und keine Übersetzung. Ah, okay. Original-Option. Ach jo, mal sehen. Wie gesagt, im Frühling 2024 soll's dann rauskommen. Ähm, dann halt auch im Deutschen Disney Plus zu sehen. Disney ist nicht unbedingt ein Streaming-Service, den ich mit Helio Kojima verbinde. Nee. Sowas hätte ich jetzt eher auf einem Amazon Prime oder einem Netflix erwartet, als auf einem Disney Plus, aber ... Ja, aber Disney Plus benutzt sowieso die Dartboard-Variante vom Auswählen ihrer Sachen, ne? Also, ja. Kommen wir mal zu Neuankündigungen. Eine Sache haben wir, das ist sowohl ein Update wie auch eine Neuankündigung. Und ein Update zu etwas, worum wir, glaube ich, aber auch in der Vergangenheit noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar einen Film namens Kurayak ... Kurayukawa. Ja, und da ist jetzt angekündigt worden, dass der am 12. April 2024 in die japanischen Kinos kommen wird. Es wird ein ... Ein Trailer wurde gezeigt im Internet bei Twin Engine hochgeladen, deren offiziellen YouTube-Kanal. Sieht sehr künstlerisch aus. Man sieht definitiv, dass es ein Indie-Projekt ist von einem Regisseur, der vorher sehr viele Kurzfilme gemacht hat, schon seit den 2000ern. Und jetzt seinen ersten Feature-Link-Film macht. Ähm, ich finde den Trailer wirklich interessant, tatsächlich. Einfach, weil der visuell so einzigartig ist. Ja, erinnert mich von dem Gefühl her, vom Vibe her, so ein bisschen an die Kurzfilmsachen von Studio for Cat Celsius, die sie in den 2000ern gemacht haben, ne? Deswegen, cool, ja. Ja, also es ist so ein bisschen, so Settings, glaube ich, Anfang 20. Jahrhundert in Japan, so ein bisschen sieh's aus. Ja. Ähm, geht irgendwie halt um einen Detective, der versucht herauszufinden, was in Kuragari mit den Menschen passiert, die ... auf seltsame Art und Weise verschwinden. Und irgendwie hat das Ganze mit einem schwarzeisernen Zug zu tun. Das Ganze ist halt inszeniert wirklich in so einem ... Ich weiß in dem Trailer nicht mal unbedingt, ob's CGI sind, die Figuren, oder ob's handgezeichnet ist, weil das so klug einfach der Stil gewählt ist. Ja. Also, einige Sachen sind auf jeden Fall CGI, wie zum Beispiel der Zug da, ne? Aber bei anderen Sachen ist es schwer zu sehen, weil ... Besonders, weil das ziemlich viel Post-Processing drüber geschmissen hat, ne? Ja, da sind ziemlich viele Effekte und so was drüber. Wo ich mich auch frage, ob das nur der Trailer ist, oder ist das wirklich? Sieht der Film tatsächlich so aus? Hm. Ähm, was auch interessant wäre. Das ist halt viel so ... Boah, wie so ... Vielleicht kannst du die Effekte besser beschreiben als ich. Du hattest Vokabular dafür. Ähm, wir haben das schon öfters mal gesehen, dass man versucht, so eine Textur dem Film zu geben, indem man einfach irgendwie so eine durchsichtige Papiertextur drüber legt. Ja. Oder absichtlich Filmkorn und etc. Und bei denen hier scheint es so eine mehrlagige Angelegenheit zu sein, auch mit mehreren Farben für die Vignetten. Weißt du, dass es so außen in den Rändern auf jeden Fall immer mehr verschwimmt und mehr so chromatische Apparationen erzeugt. Äh, es sieht wild aus und auch deswegen ziemlich bunt. Auch wenn's so eine eher so eine braun-sepia-tonmäßige Angelegenheit ist, wirkt's ziemlich bunt dadurch. Ja, also, mir gefällt wirklich, was ich da sehe. Da bin ich mal gespannt, den zu sehen. Und was jetzt noch angekündigt worden ist, aus irgendeinem Grund, ist ein Spin-off-Film, der am gleichen Tag startet und auch ein Feature-Length sein soll. Äh, okay. Wir haben noch mal Zeit gehabt, den ganzen Abend für den Spielfilm zu passen. Wir haben einfach mal nebenbei einen zweiten Film gemacht. Und zwar Kuramiru-Kari, das ist so ein Scheiß-Titel, Kuramiru-Kagari. Ja. Und, ähm, auch der hat so das gleiche Post-Processing im Trailer. Ja. Hier ist es eindeutiger, dass die Figuren CGI sind, aber auch hier ist es immer noch sehr stilhaft gewählt. Es sieht, auch das sieht wirklich schön aus, finde ich, und zeigt eine interessante Steampunk-Welt. Mhm. Und, ja, wie gesagt, das soll auch am gleichen Tag, am 12. April in die Kinos kommen, ist halt jetzt einfach mal nebenbei mit angekündigt worden. Das basiert auf einem Buch, was der Autor von, äh, Durarara und Bakano geschrieben hat, ähm, also Ryogo Narita, was ein Crowdfunding-Ziel war für die ursprüngliche Crowdfunding-Kampagne von dem ersten Film von Kura Yukaba. Okay, also, das ist natürlich der Hammer, dass bei der Crowdfunding-Kampagne das, äh, ja, nicht Jahre später kommt, sondern direkt gleich schon mal fertig produziert ist, wenn das Original daherkommt. Ja. Äh, also anscheinend, ja, hat da irgendjemand Spaß gehabt und deswegen ist es geflutscht und gelaufen hier. Ja, das ist so, ähm, das ist schon interessant, dieses Kickstarter ist auch Ende 2018 gestartet und jetzt schon sehen wir halt ... ... gleich zwei Produkte davon umgesetzt. Ja. Klar, ist trotzdem einige Zeit, ne, fünf Jahre, aber trotzdem, halt, es kommt was, ne, das ist, ne. Ja, das ist, äh, das ist schon cool. Es ist, und dass beides auch noch so interessant und künstlerisch aussieht, also, äh, das wird wahrscheinlich, dadurch, dass sie sich im Prinzip selbst sabotieren damit, man muss einfach zwei Filme am gleichen Tag rausbringen, nicht unbedingt ein kluger Move sein. Äh, äh. Vielleicht denken sie sich auch, ey, das ist Nischenzeug, das ist egal, was wir machen. Ja, aber wahrscheinlich, das, das, das kann es auch durchaus sein. Wer weiß, in wie vielen Kinos das am Ende ausgespielt wird, überhaupt dieser Film oder diese Filme. Ähm. Aber ja, die sehen beide wirklich interessant aus. Ich kann nur mal empfehlen, sich die Trailer anzugucken. Auf dem YouTube-Kanal von Twin Engine gibt's die zu sehen. Also, Kurayakuba und Kurameru-Karika... Das ist ein langes Wort. Kurameru-Kagari. Ja. Ich muss es extra langsam aussprechen, auch wenn man es eigentlich nicht so aussprechen würde, aber so kann ich es wenigstens aussprechen. Es ist einfach fies. Ähm, dann, was haben wir noch? Wir haben Golf. Ist jetzt irgendwie so ein Thema auch in Anime geworden? Manga und alles so weiter. Ja. Also, spätestens nach, ähm, nach... Den Golf-Milz. Verdammt. Birdie. Birdie Wing. Ja. Spätestens nach Birdie Wing. Aus irgendeinem Grund hat Anime dann, oder hat Golf die Anime-Welt im Strom erobert. Und jetzt hat Netflix was ganz Altes rausgekramt. Und zwar einen alten Manga von Nakaba Suzuki, dem Manga von The Seven Deadly Sins. Ähm, woher die Anime-Adaption dann auch schon auf Netflix gelaufen ist. Und, ähm, da wird es jetzt eine Anime-Adaption geben zu Rising Impact. Dem... Der Manga ist 1998 ursprünglich gestartet, ist dann halt vor Seven Deadly Sins zu Ende gegangen. Ähm, und den... Der wird jetzt in zwei Staffeln umgesetzt. Die erste soll im Juni 2024 rauskommen, die zweite im August 2024. Es gibt auch schon einen ersten Trailer auf dem YouTube-Kanal von Netflix zu sehen, der okay aussieht. Man sieht ein bisschen Golf in Action. Es klingt auch eher nach einem typischeren, schonen Golf-Manga, wo halt ein Junge will der Allerbeste sein, wie es keiner vorhin war. Im Golf. Äh, Golf-Renaissance ist nicht zu fassen, ey. Ja, ist schon eine interessante Sache. Ist damals im Weekly Shonen Jump gelaufen. Ähm, vier Jahre lang, 17 Volumes in den vier Jahren, ist auch nicht schlecht. Yep. Und das, wie gesagt, jetzt in zwei Staffeln umgesetzt bei dem Studio Late Doos. Weiß gar nicht, was sie in letzter Zeit so gemacht haben. Ähm, so schön ist die Hitoshi Namba. Auch so schön von Golden Kamui. Und, äh, die Musik kommt von Masaru Yokoyama, der auch die, äh, ganz, ganz tolle Musik für, äh, die zweite Staffel von Tsurine gemacht hat. Und, ja, es sieht nett aus. Vielleicht gucke ich da mal rein, aber es sieht jetzt auch nicht so besonders aus auf den ersten Blick. Ich meine, Golf ist schon ein Sportding. Also, es ist jetzt etwas, was man ein bisschen weniger bekommen hat, so in der Vergangenheit, das Golfding, weil es auch nicht so ein Teamsport ist. Das ist wahr, das ist nicht so einfach zu machen, das ist halt dann Protagonistin getrieben. Und wenn einem der kleine Junge da nicht sympathisch ist, ich meine, er hat ein großes Malos, er ist kein hübsches Mädel. Aber, ja, man sieht. Er sieht halt einfach aus wie der Protagonist der Seven Daily Sins. Mit kürzeren Haaren, ja. Jo, ähm, was wir noch haben, ist der 31. Shin-Chan-Film. Im Sommer 2024 soll er starten. Äh, dieses Jahr kam er der 30. Film, ähm, und der erste CGI-Film. Dieses Jahr gab es zwei Filme zu Shin-Chan. Nächstes Jahr dann wieder ein Handgezeichneter. Und zwar im Sommer 2024. Äh, Shin-Chan the Movie Our Dinosaur Diary. Wo es darum geht, dass der Hund, ähm, Shiro, einen Dino trifft und sich mit dem anfreundet. Das Poster zu dazu ist super geil. Ja, ja, Shin-Chan mit seinem kleinen, äh, äh, Insektennetz, ne. Wie es dann den T-Rex versucht mitzufangen. Ehrlich. Super. Ja. Ähm, sieht nett aus. Wird wahrscheinlich wieder kleine, nette Shin-Chan-Nebengeschichte halt, die man sich dann angucken kann im Kino. Jo. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das Ding wird, was alle Rekorde bricht. Vielleicht jetzt, jetzt, jetzt sag ich's. Und dann ist das der nächste große Kino heute in Japan, weiß man's nie. Jo. Jo. Ähm, was noch angekündigt wurde, ist ein Film namens Trapezium. Trapezium? Wahrscheinlich Trapezium. Hm. Ähm, das basiert auf einem Buch von, ähm, eine, von, von Takayama, von Kasumi Takayama, die der Idol-Gruppe Nugi Saka 46 angehört, in der ersten Generation. Und dann selber halt ein, ein, ein fiktionales Buch mit autobiografischen Einflüssen geschrieben hat. Das ist dieses Trapezium. Und das bekommt jetzt von Cloverworks einen Anime-Film. Das ist ein erster Teaser zu veröffentlicht worden, der Cloverworks typisch wunderschön aussieht. Und ist ganz, ganz toll gezeichnet und animiert wirklich bereits in diesen 30 Sekunden ganz tolle Bilder drin. Ja. Aber halt, ähm, irgendwie der Trailer ist verwirrend. Es sieht zwar wunderbar aus, aber ich weiß nicht wirklich, wie viel ich da rausnehmen soll, außer, ja, Herz, Schmerz, Jugend, Drama. Das Übliche halt, ne? Ja. Es geht irgendwie um zehn Jahre, die ein Mädchen brauchte, ein Idol zu werden. Und sich, ähm, dafür vier Regeln gesetzt hat. Kein Social Media benutzen, wobei man das doch eigentlich bräuchte als Idol, oder? Ja. Ähm, kein, äh, kein, kein Freund haben, keinen festen Freund. Nicht in der Schule herausstechen, wobei man das doch eigentlich sollte als Idol, oder? Ja, keine Ahnung, was mit der los ist mit der. Und, ähm, befreundet sein mit ganz vielen hübschen Mädchen aus ganz Japan. Hm. Ja. Hm. Ist wieder ein richtiges Debüt bei Global Works, ähm, von Masahiro Shinohara. Und, ja, auch hier der Soundtrack von Masaru Yokoyama, den ich eben schon erwähnt hab, bei Rising Impact. Ähm, gut. Gut. Ja, fleißige Leute. Ja. Soll dann im Mai, am 10. Mai 2024 bereits rauskommen. Und, ich, 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 ich mein, ich mag meine Herzschmerzgeschichten. Ich werd's wahrscheinlich gucken. Jo. Dann haben wir noch Origin. Nicht mit einer Anime-Adaption, sondern mit einer westlichen Film-Adaption. Oh, okay. Origin ist ein Manga von Buichi, der ja jetzt gerade fleißig dabei ist, immer noch Dr. Stone zu zeichnen. Ja. Ähm, und das soll von Majestic Limited einen Live-Action-Film bekommen. Majestic Limited ist ein neues Filmstudio, ein neues Filmstudio, gegründet unter anderem von George Boone. Das ist der Regisseur von, ähm, wie ist der Film nochmal? Äh, Gott, ich komm grad nicht mehr, ich komm grad nicht mehr auf den Titel. Ich weiß, dass ich den damals mochte. Das Schickste heißt, sein mieser Verräter, also wo es um die Krebskranke geht, The Fault in Our Stars, hieß das ursprünglich. Ah, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Äh, hat dann auch The New Mutants-Regie geführt und geschrieben, ich glaub, das soll ja nicht so prall gewesen sein. Ähm, aber, ja, dem sein Studio, was er gegründet hat, mit noch nem Danny Chan, wo ich mehrere gefunden hab online, die Namen, da wusste ich also nicht genau, wer das ist. Der Darius Shamir hat der dritte Gründer, ist ein Kameramann bei so ein paar Filmen, von denen ich noch nie gehört hab. Aber, okay, außer bei Halloween, von denen hab ich gehört, dem Halloween-Reboot, dem ersten, was nur Halloween hieß. Jetzt von den neuen, von der neuen Trilogie. Es gibt zu viele Filme, die nur Halloween heißen. Das ist, 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 wieder dasselbe alte Problem, ne? Äh, ja, tatsächlich, ich weiß nix von dem, äh, Origin-Manga, den hab ich nicht gelesen von Boichi, obwohl er bei uns erhältlich ist, ist irgendwann 2018 rausgekommen bei, äh, Egmund, war es bei Egmund? Ja, es war Bergmund. Ja, ich kenn den jetzt auch nicht, ich hab jetzt auch nicht so viel von Boichi in der Vergangenheit gelesen, ähm, der eine mal seine Agentengeschichten, Warman oder so, hab ich gelesen. Ja, 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 Boichi hat ja am ehesten, war bekannt durch seine, äh, Sachen für Erwachsene, die so wirklich absichtlich trashig waren, weißt du, die haben das rausgezogen, die waren auf, äh, Exploitation-volle Kanne. Das hat sie sehr, sehr spaßig gemacht, wie so 70er-Jahre dämliche B-Filme. Mhm. Origin quinkt in seinem Setting auch ein bisschen, als ich das zuerst gelesen hab, dachte ich mir, das klingt eher, ziemlich rassistisch. Ah, okay. Fumstetting, es spielt in der Zukunft und Japan hat ein Zugsystem, was jetzt durch ganz, ähm, Europa und Asien fährt und aus irgendeinem Grund wird plötzlich in Tokio damit die Verbrechensrate höher, weil jetzt kommen die ganzen bösen Ausländer nach Japan. Ähm. Was? Geil. Äh, ich mein, dass mir denn jetzt kommen die ganzen bösen Ausländer nach Japan steht so nicht in der Beschreibung, aber das ist so ein bisschen, was man sich dazu denken kann. Und dann kommen noch Roboter, die, äh, superkrasse AI haben, die alles umbringen in ihrem Weg und der Protagonist, der soll die Roboter aufhalten und das ist der Prototyp von den Robotern. Ja, also, äh, es ist schon altrundig, dass das nicht ernst zu nehmen ist, das passt schon. Ja, keine Ahnung. Wie lang ging Origin überhaupt? Ist das einer der kürzeren Dinge? Oder er hat auch... Zehn Bände. Zehn Bände, okay. Muss man wahrscheinlich ein bisschen abändern, um das dann in den Filmen zu machen. Hm, ja. Obwohl, ähm, er hat in einigen seiner Dinge, hat er so einen relativ langgestreckten Erzählstil, deswegen, es könnte auch passen. Weiß ich nicht. Mal sehen. Jo, ich weiß auch nicht, warum man sich dann ausgerechnet das raussucht oder so. Ich weiß nicht, wie immer auf Sony, wie solche Gespräche zustande kommen, dass sowas passiert. Gut. Also, ich kann's mir, also, für mich persönlich, ich könnte es mir vorstellen, weißt du, wenn einer da kommt und sagt, ich will diese Geschichte machen, sie hat Züge, sie hat Cyborgs und sie hat Schwertkämpfe. Los geht's. Okay, fair. So, dann haben wir noch ein paar Updates. Ähm, wir haben den ersten richtigen Trailer zu Re-Monster bekommen, da haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde mit einem kleinen Teaser über das Isekai, wo jemand zum Goblin wird und dann, äh, die Goblin-Rasse zur krassen, krassesten Rasse in seiner Fantasy-Welt heranführt. Ja, das ... Mit ganz viel Slaverei und anderen problematischen Elementen. Es ist eine ganz komische Serie, es ist einer von diesen Provokations-Fantasy-Dingern, die dann kurzfristig interessant wurde, weil er, logischerweise, weil es ein Isekai ist, kapiert natürlich, ah, ich weiß jetzt, wie die Welt geht, also nutze ich die ganzen Systeme aus und alle, er und seine ganzen Anhänger verwandeln sich immer wieder, immer wieder in neuere Monsterarten, bis sie irgendwie so edle, alte Super-Oni sind, ne? Und dann haben sie so viel Charme, dass ihnen alle möglichen Leute sich sofort ihnen anschließen und einen Kram. Ja, es ist, äh, ja, es ist ein bisschen albern. Ich wusste auch nicht, weiß auch nicht, warum die das zu einem Anime machen wollen. Ja, ähm, der Trailer, ich meine, ähm, ich glaube, das stand ja schon von Anfang an fest, dass es von Studio Dean zumindest gemacht wird. Mehr wurde damals nicht bekannt gegeben und das sieht auch nicht wirklich ... Ja, es ist halt, Produktion ist halt so so lala, ne, wenn man sich das so anguckt. Ja. Ähm, und, äh, hätte es noch zumindest bekannt gegeben, Regisseur ist Takeyuki Inagaki, Regisseur von Birdie Wing. Da sind wir, da haben wir es wieder. Und, ähm, starten soll das Ganze im April dann 2024. Okay. Da haben wir dann das nächste Edge-Fest, über das wir uns freuen dürfen. Ja, ich meine, das ist Trash, das selber sich vollkommen bewusst ist, dass es Trash ist. Also, ich hab da nichts dagegen. Jo, was haben wir noch? Wir haben Meiji Gekken, 1874. 2070 ist ein Anime, den Crunchyroll ursprünglich angekündigt hat, vor Jahren. Also, das müsste 2000 und ... 2020 ist das gewesen. Hm. Ähm, ist das in der Crunchyroll Original-Initiative angekündigt worden. Also, mit Tower of God, mit Freak Angels, mit Onyx Equinox, mit Noblesse. Und, ähm, jetzt sieht es auch mal das Licht des Tages. Dann nächstes Jahr, am 14. Januar 2024, soll es an den Start gehen. Äh, wird produziert bei, äh, Tsumugi Akita Anime Lab. Was, ähm, ja, bis vor kurzem eine Aushilfsstudio gewesen ist, was sich jetzt, äh, was jetzt mit eigenen Anime-Produktionen anfängt, wie, äh, I Was Reincarnated as the Seventh Prince, was wir auch in vorhin nicht allzu langer Zeit die Ankündigung besprochen haben. Und, äh, dementsprechend auch der Regisseur davon, Jin Timamura, also, der dann I Was Reincarnated as the Seventh Prince auch Regie führen soll und vorher The Girl in Twilight-Regie geführt hat. Ähm, was so eine, ich glaub, chinesische Co-Produktion auch war. Ja, wo hat er Geno Robuchi, glaub ich, auch mitgeschrieben. Ich, da irgendein größerer Autor war da auch wieder involviert in irgendeinem Grad, den man sich wieder nur auswürfeln kann. Und, äh, ja, erzählt die Geschichte. 1874, ne, steht im Titel. Jo. Ähm, wir sind im, ich glaub, neunten Jahr der Michi-Ära. Ja, da ist es, da geht's drunter und drüber, das Bakumatsu, ne, die, äh, ja, der Umschwung mit der Verwestlichung, der Untergang der Samurai. Und dann kommt diese Serie daher und irgendwie, wow, das ist ein ausführlicher Trailer. Ja, zwei Minuten Trailer. Wilder Trailer auch, ne? Also, das ist, äh, irgendwie hat es so was beinahe schon Katanantino-eskes. Lauter verrückte Figuren und definitiv ein Setting, wo du dir denkst, ja, die sind alle korrupt, die sind alle krumm, die haben alle irgendwas am Stecken. Also, es ist, ja, sieht ganz nett aus. Ja, der Trailer, es ist auch nett produziert. Es ist ein bisschen besser als das Re-Monster-Ding, aber jetzt auch nicht so viel besser. Es sieht alles schon ein bisschen steif aus, dafür, dass es versucht, sehr viel Action zu präsentieren. Hm. Ähm, und geht halt um einen Typen, der auf der Suche ist nach seiner Frau, die verschwunden ist im Boshin-Krieg. Ähm, und dann auf einmal zu einer Bakumatsu, äh, rekrutiert wird, nachdem er, äh, den Versuch, einen, ähm, Offiziellen der Regierung umzubringen, vereidelt hat. Ja, und auf der anderen Seite gibt's einen, ähm, einen, einen Yakuza, wir sind hier jetzt auch an den Anfängen, der Yakuza, ähm, mit einem Auge, der in einem, in Tokio in einem Bandenkrieg involviert ist. Das sind die zwei Hauptfiguren. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Ich meine, so historische Dinger sind schon interessant, die da so ein bisschen Einflüsse auch mit reinbringen, die man jetzt in Anime nicht so häufig sieht. So Anfänger, der Yakuza ist ja eigentlich ein interessantes Thema, so man sieht, wie diese einäugige Figur auch seinen Mantel runternimmt und das große Tattoo auf dem Rücken zeigt, wie es dann auch noch heutzutage, man ist immer in den Yakuza-Spielen zu sehen bekommt, wenn sie sich das Shirt vom Leibe reißen. Ähm, und ... Aber ja. Ja. Es ist, es ist nicht ganz uninteressant. Es wünscht halt nur, dass sowas höhere Produktionswerte hätte. Naja. Ja, ähm, also ist sie wahrscheinlich auch nicht besonders, ähm, wie heißt noch mal? Ist halt auch wieder etwas nischiger, ne? Und ja, okay, das auch. Die Japaner lieben ja diesen Teil ihrer Geschichte, ne? Hier ist die Historie. Da haben sie unglaublich viel Spaß. Besonders halt, weil die Shinsengumi und ihre Gegenspieler, ne, die Nationalisten ... Yes. ... weil die halt, ja, so wichtige Figuren sind, die immer komisch rausgebracht werden. Aber ja, das mit den Yakuza, ehrlich gesagt, Yakuza gibt's schon sehr, sehr lange, weil die sind halt aus den Glücksspiel-Sinikaten, äh, aus der Edo-Zeit rausgekommen. Aber ja, soll passen. Ist halt eine andere Welt. Und mit einer anderen Welt, wenn du weit genug weg bist zeitlich, dann ist die Welt so sehr anders, dass es im Endeffekt von V-Fantasy ist. Und dann kann man sich alles aus, äh, erlauben lassen. Und dann kann man auch Spaß mithaben. Und solle die Mache. Ich erwarte, dass sie das nicht ernst nehmen. Sonst bin ich enttäuscht. Äh. Jo, 14. Januar geht's los. Dann haben wir auch den ersten Trailer zu Grandizer U. Oh, jo. Dem neuen, äh, UFO-Robo-Grandizer-Anime basierend auf den Manga von Gonagai. Und weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich von halten soll, als ich den Trailer gesehen hab. Ich, ich dachte mir so, ja, so die Figuren sehen gut aus. Das sind, das sind, äh, Saramoto hat gute Adaptionen gemacht von den Figuren von, von Gonagai. Am ersten Moment sieht man auch den Grandizer-Hand gezeichnet. Da dachte ich mir, cool. Ja, sehr cool. Dann sieht man ihn in CGI. Dann dachte ich mir, hm, schade. Es hat halt nicht so ganz das, 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 das Niveau, wie jetzt Trigger zum Beispiel, die das cooler inszeniert haben in, in, ähm, in Gridman. Die Figur, hier sieht's halt auch erstmal nur okay aus. Kommt dann wieder so ein bisschen drauf an, wie, 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 ja, wie der Rest der Serie aussieht. Man sieht jetzt hier halt noch keine wirklichen Action-Sequenzen oder sowas drin. Und das ist, das ist das Brot und Butter, was, was es letzten Endes in Grandizer zu sehen geben wird. Ja, also, ganz ehrlich, wenn ich mir das, was wir da in Vorschau-Material haben, angucke, da ist wirklich das Design der Charaktere sticht heraus. Die sehen ja alle interessant aus. Mhm. Und die, die, die riechen regelrecht nach so einer Sentai-Geschichte oder, ja, halt so eine 70er-Jahre-Mekka-Geschichte. Das ist wunderbar. Ja, egal, ob's die Außerirdischen sind oder sonstige Leute. Also jetzt, ja, wenn das Versprechen dir hier in dem Trailer von den handgemachten Sachen noch ein bisschen mehr ausgebaut wird, dann kann das was sein. Ja, es könnte ja auch sein wie Gridman, dass man halt elf Folgen CGI Grandizer bekommt und in der zwölften Folge ist er dann auf einmal komplett hart gezeichnet in der Action-Szene. In der Handwerker-Zeit. Ähm, ja, ja. Es kommt ein bisschen drauf an, wie halt die Action aussieht. Im Trailer sieht man halt davon leider noch gar nichts. Und ich wäre ein bisschen positiver gestimmt, wenn man davon, wenn man irgendwie einen coolen Fight oder so sehen würde, wie er mit seiner Axt einen anderen Mecker aufspaltet oder sowas. Ja, ist nix. Ja. Dann... Demon Slayer. Woooo, Demon Slayer. Ach, du wudelig. Das gibt's ja auch noch. Ja, für den nächsten Arc, für den Hashira-Training-Arc. Natürlich brauchen wir nochmal einen Training-Arc, nachdem wir jetzt so 65 Prozent der Story durchhaben. Ähm. Kommt im Frühling 2024. 2020, ein Jahr jetzt nach der letzten Staffel, kommt auch direkt die nächste, soll dann wieder weltweit in 140 Ländern eine Kinopremiere bekommen. Wie auch schon die letzte Staffel. Okay, die letzte Staffel, weiß ich nicht, wie viele Länder das waren, aber es war auf jeden Fall auch eine internationale Kinotour, die es da gab. Ähm, hier, ich schätze mal, wird's jetzt noch ein bisschen größer aufgezogen, weil, seit Demons ist er ja, ähm, ja. Ja, ja, ist ein bisschen schade, dass halt das, äh, der Schonen-Syndrom, ne, dann, es muss ein bisschen langgezogen werden. Weil, wenn du dir anguckst, wie viel Material vom Manga da ist, hätte man das eigentlich schon durchziehen können. Ja, das halte ich mir nicht, ja, ich hab dazu nix zu sagen. Ja. Gerade, nachdem ich die letzte Staffel so einfach kaputt gelassen habe. Äh, oh je. Aber Frühjahr 2024, jetzt kann ich mich wieder beschweren, wuuuuh. Dann, ähm, haben wir Who Said Death Was Beautiful? Ein CGI-Film mit Motion Capture und generativer AI. Wup, wup. Ja. Über dessen Ankündigung wir auch schon mal gesprochen hatten in der Vergangenheit. Ich glaub, da war ich noch etwas optimistischer gestimmt. Bei der ersten Teaser. Er sah komisch aus, er sah komisch aus, aber interessant. Ja. Und jetzt sieht er, also, ja, Playstation-2-Grafik sah besser aus. Ja, jetzt, also jetzt mit dem ersten richtigen Trailer, den wir so da veröffentlicht haben, dachte ich mir, Jesus, holy shit, so was trauen die sich zu veröffentlichen? Ich mein, wenn's 1999 wäre, wäre das wahrscheinlich weniger ein Problem. Doch, guck mal, das sieht wirklich aus, als wäre es aus den 90ern. Ich mein, natürlich kannst du sowas absichtlich machen, aber dann, äh, trotzdem funktioniert nicht ganz richtig die Optik. Das sieht echt scheiße aus, das sieht wirklich extrem scheiße aus. Die, die ganzen Figuren, also das Compositing ist halt mies. Die Hintergründe, beziehungsweise die Figuren stechen komplett aus den Hintergründen raus. Die Hintergründe sehen auch, ehrlich gesagt, ziemlich weird aus. So wie Asset Flips aus dem Unity Store oder sowas. Es passt nirgendwo Licht und Schatten gescheit. Ja, auch das. Das ist das große Problem, weißt du? Die Animation an sich könnte man vielleicht in irgendwas verbacken, aber dann, äh, weißt du, die Mundbewegungen sind halt wie Texturen aufgesetzt auf die Figuren. Das auch, ja. Das merkt man sofort und es stört. Und das, äh, und dass dann halt wirklich einige Sachen so von der, von der Farb und von der Lichtgebung aussehen, als wären es einfach unbelichtete Stocksachen, ne? So, kommt irgendwie komisch. Das sieht halt nach richtig hartem Trash aus, dass es gab CGI-Filme aus Japan Anfang der 2000er, die besser aussahen. Und das sagt viel, weil die sahen ziemlich scheiße aus. Was war in dieser, äh, unglaublich wahnsinnig schlechte Anime mit dem, war das, äh, mechanischer Arm oder was war das, was du geguckt hast? Ex-Arm. Ja, Ex-Arm. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, aber der hatte auch herrlich schlechtes, äh, Computergrafikzeug drin. Ex-Arm sah auch absolut scheiße aus. Ich weiß nicht, aber ich, boah, ist jetzt schwierig, ey, muss ich jetzt echt überlegen, ob ich sagen würde, das hier sieht besser oder schlechter aus als Ex-Arm. Hm. Ich würde es eher auf dem gleichen Niveau betrachten. Oh, okay. Ja, vorbei, Ex-Arm hat sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, würde ich glatt sagen. Es sieht tatsächlich wirklich aus, als hätte es jemand in einem Videospiel gefilmt, das aus so einem Asset-Flip-Scheiß zusammengesetzt wurde. So sieht's aus. Wie etwas, was ich auf Steam 50 Millionen Mal am Tag mir angucken kann. Äh. Oh, Gott. Naja. Ähm, My Hero Academia. Siebte Staffel. Ähm, ist jetzt nur kurz angekündigt worden. Die kommt im Frühling 2024. Wup, wup. Jawohl, jawohl. Ähm, dann haben wir noch Studio Apartment, Good Lightning, Angel Included. Ist auch jetzt noch kurz angekündigt worden. Kommt auch im April 2024. Da ist er, der Frühling. Ja. Ähm, und dann haben wir noch eine bereifliche Nachricht zum Schluss. Und zwar Sea-Store ist zurück mit einem neuen Lied nach über zwei Dekaden. Sea-Store ist das Duo von Chiaki Ishikawa und Yuki Kachi-Uda. War damals der große Durchbruch von Kachi-Uda, noch bevor sie Soundtracks für Anime gemacht hat. Und, äh, die haben damals Musik für Mobile Suit Gundam Seed gemacht. Und jetzt machen sie, ähm, 20 Jahre später zum Anlass des neuen Seed-Films Freedom. Ähm, nochmal ein neues Seed. Geht dafür. Wir machen nur Musik für Seed. Das ist unsere exklusive Marke. Gundam Seed. Ja, ist doch nett, dass Kachi-Uda auch mal zurück zu den Wurzeln kehrt oder so. Ich weiß nicht, ob die noch groß in Popmusik involviert ist so. Weil ich glaube, auch ihre letzte Band, die sie hatte, hat sich mittlerweile aufgelöst. Ähm, Calafina, genau, Calafina war das. Okay, den Namen hatte ich sogar gehört gehabt. Ähm, wobei, nee, ich weiß jetzt gar nicht, ob Calafina sich aufgelöst hatte. Oder ob Yuki Kachi-Uda einfach nur gegangen ist. Aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Ähm, ja, Yuki Kachi-Uda wird man kennen halt für einige Anime-Soundtracks halt heutzutage. Sword Art Online. Ähm, Fate Zero. Ähm, Fate The Night. Ähm, Heaven's Feel hat sie dann in die Musik übernommen. Demon Slayer natürlich. Black Butler, Madoka Magica. Ja, unterwegs gewesen. Besonders bei den großen erfolgreichen Dingern war sie viel dabei. Einige gute Soundtracks gemacht auf jeden Fall. Ähm, ja, dann, wie gesagt, noch der Rest. Die restlichen News jetzt, abseits von allem, die wir noch so ein bisschen haben. Und wir müssen mit was, ähm, ziemlich, ziemlich ernstem anfangen, wo ich sagen würde, ähm, naja, es geht um den Brandanschlag auf Kyoto Animation. Da ist jetzt, ähm, der, im Prozess ist jetzt fürs Erste, ihr habt das in Rolling Sushi schon mal besprochen. Vielleicht kannst du es kurz anschneiden, Matze, ja. Ja, die Staatsanwaltschaft hat auf jeden Fall die Höchststrafe gefordert. Und das bedeutet in Japan die Todesstrafe, ne? Genau. Und die Verteidigung fordert, äh, eine geringere Strafe, weil sie sagt, er wäre geistig unzurüstenungsfähig gewesen zu dem Zeitpunkt des, äh, der Tat. Mhm. Aber da, ja, egal wie du es drehst und wendest und, äh, wenn du objektiv da rangehen möchtest, kannst du nicht sagen, dass der, ähm, da irgendwie strafmindernde Umstände hätte. Klar, der hat irgendwelche komischen Warnschwarstellungen gehabt, dass Kyoto Animation seine Sachen geklaut hätte, sein, äh, sein Werk, ne, sein Buch oder was auch immer. Ja, aber der hat trotzdem den Anschlag geplant und, äh, durchgeführt als kalt, das, äh, und es war vollkommen ihm beabsichtigt, damit Schaden zu erzeugen und Leute zu töten. Also, es kann nichts anderes als die Höchststrafe, äh, Höchstmaß an Strafe da rauskommen eigentlich. Ist es nur richtig blöd, dass es die Todesstrafe ist. Ich persönlich bin sehr gegen die Todesstrafe. Das ist, ähm, eine, ein wirklich schwarzer Fleck für die japanische Gesellschaft, dass das da noch verwendet wird. Aber, ja, ich denke nicht, dass das irgendwie zu vermeiden wäre. Ja, ich finde es wirklich crazy, dass es schon 2023 immer noch angeblich kultivierte Länder gibt, wie USA und Japan halt, die die Todesstrafe als Bestrafung haben. Und, ähm, das, das, ja, ich wäre absolut für die Höchststrafe für den Typen, aber das wäre halt, in Deutschland wäre das halt jahrelange Haft, also, ohne Todesstrafe. Weißt du, für die Hinterbliebenen kannst du halt nicht einfach sagen, dass es, okay, es war halt einer der schlimmsten Anschläge der Nachkriegszeit, also seit dem Zweiten Weltkrieg, die in Japan je passiert sind. Und dann gibt es nicht die Höchststrafe. Das ist dann, das kannst du auch in den Hinterbliebenen nicht sagen, den Angehörigen, ne? Naja, wird auf jeden Fall nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres wird dann ein Urteil und weitere Rezentals kommen. Genau, ähm, äh, im Juni nächsten, äh, nicht im Juni, im Januar nächsten Jahres gibt es das, ähm, finale Urteil und, äh, ich meine, es wird sehr wahrscheinlich, also, zu 99 Prozent auf die Todesstrafe hinauslaufen. Es muss schon irgendwas Seltsames passieren, dass das nicht kommt. Ähm, ja. Naja, also, ein bisschen, ein bisschen ausführlicher, oder habt ihr im Rolling Sushi drüber gesprochen, weshalb ich das noch anhören möchte? Ich finde, wir sollten jetzt nicht zu viel drüber reden. Ja, warum auch nicht. Wir haben genug in der Vergangenheit, in Podcasts, über diese schreckliche Sache gesprochen. Dann haben wir noch Johnny and the Societies, die, naja, wo eine britische Doku ja aufgedeckt hat, was da so abgegangen ist, ähm, wie die mit ihren Talenten umgegangen sind und wie vor allem der Chef und der Gründer von Johnny and the Societies, ähm, Johnny Kitagawa mit seinen Talenten umgegangen ist. Und jetzt kam man auf die brillante Idee, um all das, all das wieder gut zu machen, ändert man seinen Namen. Ich meine, das ist schon die zweite Namensänderung, ne? Ja, das ist auch crazy. Also, sie, ja, sie versuchen natürlich so viel wie möglich irgendwie, was auch übrig ist von ihrer Firma zu retten. Also, es ist nicht so, dass der alte Chef noch da wäre, ne? Ja, natürlich, äh, Kitagawa ist ja auch schon irgendwann, wann ist er gestorben? Auf jeden Fall irgendwann in den 2010ern. Ja, vor schon ein paar Jahren, ja. Und, ja, sie haben im Endeffekt sich auch völlig bloß gelegt. Also, sie haben so, äh, Bauch nach oben, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Also, sie haben sich der Öffentlichkeit einfach bloß gestellt und gesagt, ja, es ist alles unsere Schuld gewesen. Wir können halt nichts machen. Jetzt, äh, wir, wir werden damit umgehen, was uns erwartet, ne? Ja, aber dann, dann, ja, dann kommt diese Versuche irgendwie, ja, dazu, davon abzulenken, dass wir mal die Schlimmste überhaupt waren. Und dann haben sie sich mal umgenannt in Smile Up. Genau. Also, dieses Smile Up, das haben sie im Oktober gemacht, haben sie sich umbenannt. Da war noch der vorherige Chef, Noriyuki Higa Ischiyama, der auch der Chef halt von Journeys in the Societies gewesen ist. Und, ähm, wahrscheinlich mit Taten von Kitakawa gedeckt hat, ähm, ist da noch Chef gewesen bei Smile Up. Das haben sie vorher auch angekündigt, dass es im Prinzip aus irgendeinem Grund nur so lange Smile Up heißen wird, wie die Übergangsphase, wo sie, ähm, sich darum kümmern werden, im Prinzip mit den, den Hinterbliebenen umzugehen. Hm. Ähm, und jetzt ist diese Phase anscheinend fertig, drei Monate später, beziehungsweise zwei. Und wir sind jetzt bei Star To Entertainment mit einem neuen Chef, mit Atsushi Fukuda, äh, der vorher Chef gewesen ist bei, oder Vize-Chef gewesen ist bei Sony Pictures Entertainment und CEO von Sony Digital Entertainment. Hm. Ja. Ja, es ist ein bisschen komisch, ne? Zuerst sagt man, ja, alles, was da passiert ist, ist unsere Schuld und wir werden uns allen Konsequenzen stellen, so im Sinne von wegen, wenn es, äh, Anklagen gibt und wenn es vor Gericht geht, werden wir all dem hier Rechnung schulden, ne? Und dann wird hier so, ach, wir müssen aber trotzdem noch Geld rausschlagen aus dieser Firma, also müssen wir so tun, als wären wir doch ein bisschen sauberer, also ändern wir erstmal, um, was zum Geier, es ist irgendwie so. Ja, es ist so eine Mischung aus, äh, scheinheilig und so ein kleines bisschen auch betrügerisch, weil sie tun so, als wären, ja, als wären sie bereit dazu, alles hier zu bereuen, ne? Und wieder gut zu machen. Und dann, äh, nein, ja, es wird das ausgetauscht und das ausgetauscht und der Name wird ausgetauscht. Hoffen wir, dass die Leute es vergessen, ne? So im Sinne von wegen, in einem Jahr ist Gras drüber gewachsen. Bäh, es hat irgendwie so einen faden Beigeschmack. Logischerweise muss man fäustig sein, ne? Es kann natürlich auch alles nicht unbedingt genauso sein, wie wir das hier so auffassen, aber der Eindruck ist nicht positiv. Ja. Ähm, Starter Entertainment hat angekündigt, dass, ähm, sie jetzt drei neue Dinge vorhaben, eine eigene Streaming-Plattform für Musik eröffnen. Viel Erfolg dabei. Ähm, okay. Das haben schon einige versucht. Und, ähm, Overseas größer werden, also im Westen bekannter werden. Oh ja, da kommt ihr so gut an mit euren Geschichten. Vor allem, weil ja die Doku, die alles aufgedeckt hat, von der BBC kam auch, also. Ja. Ähm, und, äh, natürlich Metaverse. 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 Ja, das ist die große Zukunftsmasche, da wird dir garantiert viel Geld und, äh, ja, okay, ich kann gar nicht weiterreden. Ich satiere, es geht nur so weit jetzt, bevor man hier das alles durchbricht. Ach, Göttchen. So, zum Schluss noch die Golden Globes. Ähm, da stehen die Nominierten fest für die, ähm, Animationskategorie Best Picture Animated. Und mit dabei sind zwei Anime The Boy and The Heron, also der Reiher, äh, der Junge und der Reiher und Susame. Ja, aber das ist leider, das ist mal wieder relativ typisch. Es wären einfach nur die, die großen, bekanntesten Prestigedinger, die auch international irgendjemandem was sagen, genommen. Und, äh, ja, es ist Business as usual irgendwie, oder? Ja, ich mein, Junge und der Reihe, verstehe ich jetzt halt, ne, ist ein Ghibli-Film, ist ein Miyazaki-Film, das landet wahrscheinlich auch zu Recht da drin. Susame war ein guter Film, so, keine Frage. Müsste ich jetzt mal überlegen, ob's wirklich einen anderen Film war, der jetzt so viel besser war, dass ich sagen würde, okay, den hätte man eher nominieren müssen. Ich weiß nicht, ob letztes Jahr The First Slam dann schon nominiert gewesen ist, oder ob das jetzt dieses Jahr noch irgendwie mit reingereiht hätte, sich mit reingereiht hätte. Die Golden Globes und Oscars sind ja beide auch ein bisschen komisch, was diese Kategorie angeht, eben auch wegen der Lizenzierung von solchen Filmen. Also eben, weil im Westen die Anime-Filme oft erst später halt ankommen, als sie ja eigentlich rausgekommen sind. Ähm, und, ja, dieses Jahr haben sie es halt auch wieder besonders schwer, weil es sind halt einige, also es ist besonders ein großer westlicher Animationsfilm rausgekommen, wo ich halt auch sagen würde, der hat's wahrscheinlich auch am ehesten verdient mit Spider-Man A New Universe, beziehungsweise Spider-Man Across the Spider-Verse, wo ich immer noch nicht verstehe, warum die das im Deutschen so umbenannt haben. Ähm, aber Across the Spider-Verse ist halt einfach ein 10 von 10 Film. Ähm, und, okay, Super Mario Bros. Movie ist halt noch dabei, der war halt populär. Wish und Elemental sind halt beides so, wirklich gab's nichts Besseres. Ich meine, wir würden auf jeden Fall Kandidaten haben, ne, die wir irgendwo rauskramen könnten, aber, ja, ja. Ach jo, es juckt mich wirklich nicht so besonders, es ist nur, man sollte so ein Auge drauf haben, was der Rest der Welt so meint in dem Geschäftsbereich da, aber die Golden Globes genauso wie die Oscars, ich würde sie nicht so ernst nehmen. Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass Spider-Man das gewinnen wird. Es würde mich wundern, wirklich, wenn's was anderes werden würde. Ähm, und, ja, damit ist das abgehakt. Ich meine, dass es so Oscars und sowas vorhersehen, ehrlich gesagt, nicht so schwer. Ja, und auch nicht so unbedingt hilfreich oder nützlich. Ja. Gut, sind wir durch für heute. Jo. Wir haben's geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich denke, nächste Woche gibt's uns nochmal. Einmal noch. Noch ist vor Weihnachten. Und dann, dann haben wir's, dann haben wir's geschafft. Krass. Ähm, falls, falls ihr noch was anderes von uns hören wollt, die, diese Woche hier, in der dieser News-Podcast hier hochkommt, ähm, gab's auch eine neue Folge von Anime Slam, die letzte in 2023. Und, äh, Rolling Sushi gibt's ja auch immer noch jeden, äh, jeden Mittwoch mit, äh, mit News aus Japan. Wir sind raus, ähm, für, für diese Woche. Und, tschüssi. Ciao.